Ich würde mir wünschen, dass wir die Verbindung zur TU Braunschweig noch stärker aufbauen, dass wir die Startup-Zentren enger noch vernetzen, um so deutschlandweit, vielleicht auch europaweit Visibility, also Wahrnehmung, bekommen und dass wir schaffen, auch wirklich relevante Startup-Camps oder Accelerator-Programme mit internationaler Bedeutung nach Braunschweig zu holen. Wir sind nicht Spitzenreiter in Plattformökonomie, wie Zalando es werden will in Berlin. Wir sind Spitzenreiter in Technologien, in der Physik, in der Industrie, in der Chemie, in der Biologie und da müssen wir tiefer in die Digitalisierung, in die Transformation gehen, weil die gibt es dort auch. Und dann wird Braunschweig auch den Top-Punkt in Europa als Forschungszentrum meiner Meinung nach nicht nur halten, sondern ausbauen können.